4 Beine ins weiße Haus eingezogen, so glücklich sind die zwei Hunde von Joe Biden. Die zwei Hunde des neuen US-Präsidenten Joe Biden, Champ und Major, sind wieder glücklich ins weiße Haus eingezogen. Washington, Fee, Champ und Major scheinen sich im weißen Haus richtig wohl zu fühlen. Die zwei Hunde des neuen US-Präsidenten Joe Biden, 78, sehen auf aktuellen Fotos richtig glücklich aus. Vor allem Tierhüthaber haben derzeit einen guten Grund, sich über den Amtsanstritt von Joe Biden zu freuen. Denn zusammen mit ihm und seiner Frau Joe, 69, sind aus den beiden Tieren seiner Champ und Major ins weiße Haus eingezogen. Dass der 78-Jährige seine zwei Hunde über alles ließ, ist spätestens seit den letzten Monaten bekannt. Hier tauchen regelmäßig neue Bilder von den beiden Tieren, die sogar eine eigene Indokoration erhalten haben, im Netz auf. Der schöne, fast 700 Quadratmeter große Garten rund um das weiße Haus scheint erhöhtlich dazu beizutragen, dass Champ und Major keinerlei Anpassungsschwierigkeiten an ihre neue Umgebung hatten. Auf den neuesten Bildern in den sozialen Netzwerken machen beide Hunde einen überaus glücklichen Eindruck. Major ist außerdem der allererste Rettungshund im weißen Haus, berichtet wann nicht. Der deutsche Schäferhund lebte lange Zeit in einem Tierheim, bis Joe Biden ihm ein neues Zuhause gab und ihn zum Rettungshund ausbilden ließ. Neue Bilder zeigen Joe Biden's Runde Champ und Major im Garten vom weißen Haus. Angesichts der süßen neuen Bilder von Champ und Major warten wir schon gewarnt auf Nachschub. Innerhalb der nächsten vier Jahre wird da mit Sicherheit noch einiges auf uns zukommen. Kohuzina 일본 verbreite. Leis Schweizer ersten BeThese Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020